Im letzten Video habe ich das Tic-Tac-Toe-Spiel erläutert, das ich als Beispiel dafür nehme, euch zu zeigen, wie man Klassen gemäß eines UML-Klassendiagramms implementieren kann. So, und dafür habe ich auch schon dieses Klassendiagramm hier aufgestellt, das ich jetzt Schritt für Schritt implementieren werde. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine sehr einfache Klasse, nämlich diese Enumeration Field State, umsetzt. Und falls ihr Interesse daran habt, dieses Spiel nachzuprogrammieren, aber nicht jede Zeile Code aus diesem Video abtippen wollt, findet ihr auf GitHub unter diesem Link hier die gesamten Quellen. Okay, los geht's mit dem Programmieren. Das Projekt, das ich jetzt hier geöffnet habe, ist noch leer, bis auf diese eine Datei main.cpp, in der aber wirklich nur die Main-Funktion steckt und sonst gar nichts. Das heißt, ich baue das Spiel jetzt wirklich angefangen mit dem fast leeren Projekt auf und starte dabei mit der einfachsten Klasse, und das ist dieser Aufzählungsdatentyp Field State hier. Das ist also keine Klasse im eigentlichen Sinne, sondern nur ein benutzerdefinierter Datentyp, sozusagen ein Hilfselement oder ein nützliches Element in der Software. Und für diese nützlichen Elemente lege ich jetzt eine eigene Header-Datei an. Dazu klicke ich im Project Explorer mit Rechtsklick auf Header-Dateien und sage Hinzufügen neues Element und wähle hier eine Header-Datei aus, die ich tic-tac-toe-utils.h nenne. So, und hier lege ich nun die Enumeration Field State an, und zwar so. Den Aufzählungsdatentypen Enum habe ich ja schon in dem Video zur C-Programmierung erklärt, das ich hier oben verlinkt habe. Neu ist jetzt hier noch das Schlüsselwort Class, was aus dem Enum einen sogenannten Scoped Enum macht. So, was ist denn ein Scoped Enum und wofür braucht man das? Um diese Frage zu klären, nehme ich hier zunächst nochmal dieses Schlüsselwort Class weg. So, und diesen Aufzählungsdatentypen verwende ich jetzt in der Main-Funktion. Dazu muss ich hier in der Main die Header-Datei tic-tac-toe-utils.h einbinden und für mögliche Ausgaben brauche ich noch die Iostream. So, hier lege ich jetzt eine Variable vom Typ Field State an und weise der den Wert Empty zu. Soweit, so gut. Jetzt lege ich aber noch einen zweiten Enum an, nur zu Demonstrationszwecken, und den nenne ich AnyState mit zwei Member, Item1 und Item2. Und auch von diesem Typ lege ich in der Main-Funktion wieder eine Variable an und weise der den Wert Item1 zu. So, damit habe ich also zwei Variablen von unterschiedlichen benutzerdefinierten Datentypen, Field State und AnyState. In dem Video zu Enums, das ich hier oben nochmal verlinkt habe, habe ich aber schon erklärt, dass diese Bezeichner in den Enums durch Konstanten vom Typ Integer ersetzt werden. Das heißt, hinter jedem dieser Bezeichner, EmptyPlayer1 oder Item1, Item2 und so weiter, steht also ein Integer und deswegen kann man die Variablen von FieldState und AnyState auch miteinander vergleichen. So, hier in der Ausgabe seht ihr jetzt zwei Sachen. Erstens, dieser Vergleich ist also möglich. Und zweitens, das Ergebnis ist, dass die Werte von FS und AS identisch sind. Ja klar, denn die zugeordneten Werte sind ja jeweils 0. Aber tatsächlich habe ich hier ja sozusagen Äpfel mit Bieren verglichen, denn was hat ein FieldState mit AnyState zu tun? Oder anders ausgedrückt, um diesen Vergleich der Variablen vom Typ FieldState und AnyState durchführen zu können, müssen die Variablen aus ihrem Geltungsbereich, also aus dem Scope, jeweils herausgelöst werden. Das ist also nicht besonders gut und besser wäre es, einem Inam-Aufzählungsdatentyp einen festen Geltungsbereich zu geben. Und das mache ich, indem ich bei der Typendefinition das Schlüsselwort Class hinzufüge. Wenn wir jetzt wieder in die Main-Funktion gucken, dann sehen wir die Konsequenzen dieser Änderung. Denn das sind zunächst einmal drei Fehler. Die ersten zwei Fehler hier sagen, dass die Bezeichner Empty und Item1 nicht bekannt sind. Die Bezeichner aus den Enums können also nun nicht mehr losgelöst von ihrem Scope verwendet werden und der muss jetzt, ähnlich wie beim Namensraum, immer mit angegeben werden. Der dritte Fehler ist, dass die Datentypen nun nicht mehr verglichen werden können. Der Vergleich von Äpfel und Bieren ist also jetzt nicht mehr möglich. Stattdessen kann man aber eine Inam-Variable mit den Werten innerhalb ihres eigenen Scopes vergleichen, also zum Beispiel so. Übrigens hätte man hier bei der Typendefinition statt dem Schlüsselwort Class auch das Schlüsselwort Struct verwenden können. Und das bewegt nämlich in diesem Fall das Gleiche. Okay, so die Implementierung der Klasse FieldState ist damit also fertig. Die anderen Code-Teile waren ja nur für die Erklärung des Schlüsselworts Class. Die brauche ich also nicht mehr und deswegen fliegen die jetzt wieder raus. Im nächsten Video baue ich das Beispiel dann weiter aus und zeige euch, wie man die Klassen Playground Model und Player erstellt. Richtig. Vielen Dank.